Es ist das Traumfinale der Premier League, es steht in der Halbrunde Asyl gegen den Hauptrunden Scheidner. Hier ist Matthias. Hier ist es aber dieses Feld und hier ist die Mannschaftsaufsredner des EHT. Red Bull München, wir stehen heute gegen die Deutschland in Formel und vom Formel 1. Hier ist Matthias. Hier ist Matthias. Und die Nummer 13, Danny. Der Heinz-Holny Klubwanderer hat in der Nummer 6 geschichten, Erwin. Hier stehen wir in der Sechze meiner Damen und Herren, Conny. Und die Nummer 24 ist Schöneberg. Die vergrüßt mit der Siegerung durch die Faschie-Million. Wir stehen mit der Achtung zum Sieg mit Reuen. Der Heinz-Holny Klubwanderer hat in der Siegerung durch die Faschie-Million. Der Heinz-Holny Klubwanderer hat in der Siegerung durch die Faschie-Million. Mit der Jeuselberg-Schöneberg. Mit der Achten zum Sheffin. Der Heinz-Holny Klubwanderer hat in der 32, pein. Und die Nummer 42 ist Schöneberg. Peteras. Die Nummer 42 ist Schöneberg. Angels Mac Note. Wir stehen mit der 82-Kritz, mit der 84-Kritz, mit der 91-Kritz, mit der 91-Kritz, mit der 93-Maxi.